Ja, meine liebe Freunde, kaum habe ich es gestern gesagt, was für uns der wichtigste Indikator ist für einen möglichen Crash. Denn das, was wir ja gesehen haben, ist ein Crash. Wir reden hier von einer Rezession, wir reden vom nächsten Bärenmarkt, was der Auslöser sein kann und worauf wir achten müssen. Und was passiert? Was passiert? Genau diese Angst taucht gerade jetzt auf Eingpoint nach meinem Video im Markt. Und worauf und weshalb und das Ganze drumherum erkläre ich euch heute, wie es aussieht im aktuellen Chart von Bitcoin. Geht es weiter nach unten oder haben wir jetzt eine kleine Wende? Auch darüber werden wir sprechen. Also bleib unbedingt dran. Hau auf den Abo-Button, bis er blau ist und den Like-Button, bis er leuchtet. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Oftmals wird man belächelt oder einfach nur falsch oder missverstanden. Aber für uns, vor allem für euch, die schon länger mit dabei sind, die wissen, die On-Chain-Daten, das sind Geschenke. Geschenke, die wir gerne als Analyst und Trader entgegennehmen, um den Markt besser einschätzen zu dürfen. Gestern gab es nochmal Volumen. Shubia hat 48 Milliarden erreicht, das sind wir noch unterhalb von 50. Wie gesagt, 50 bis 100 wären optimal. Wir haben noch 2,98 Millionen Bitcoins auf den öffentlichen Exchanges. Die Miner haben ein bisschen akkumuliert, knapp wieder bei 1,801 Millionen Bitcoins, die die noch in den Wallet halten. Wie gesagt, da warten wir immer noch so auf die 70.000, 71.000, 72.000. Da erwarten wir dann schon einen relativ stärkeren Abstoss. Aber auch da sieht man in den On-Chain-Daten, was den Outflow betrifft. Bei Bitcoin gibt es keinen Einfluss, das ist plus minus gleich wie der Inflow. Wir haben auch das Gleiche hier bei Ethereum, auch da plus minus 0. Und wir haben aber noch einen Green Index von 69 Punkten. Da muss ich sagen, da hätte ich tatsächlich gerechnet, dass wir da eher so richtig 60 fallen. Aber wir stehen da relativ noch stabil. Die Inflow-Daten nach dem kurzen kleinen Schock von gestern. Wir sehen ARK Invest schon wieder mit drei Tagen, respektive mehr als zwei Tagen Outflow. Und relativ hohe Outflows bleibt es doch bei 192,4 Millionen Inflow am Ende des Tages. Da hat iBit mit BlackRock wieder zugeschlagen, 317,5 Millionen wurden in Bitcoin, respektive in iBit investiert. Da können wir auch noch kurz den Chart anschauen. Das ist sicherlich auch noch interessant, wenn man da noch einen kleinen Blick reinwirft. Gestern ist genau das wieder passiert, wo wir erwartet haben. Wir haben darüber gesprochen, wohin die Liquidität gehen kann und was am meisten Sinn macht, um die Liquidität zu holen. Genau das ist eigentlich passiert und aktuell können wir gut einschätzen. Wir haben ungefähr 1,4 Milliarden in den Shorts liegen, ungefähr 2,4 Milliarden bei den akkumulierten Longs. Wenn man aktuell ein bisschen anschaut, man könnte bis 65.000 Dollar sehr viel Liquidität abholen. Oder mit weniger Aufwand tatsächlich bei 68,3 könnte man einige Shorts abholen, wäre auch eine Möglichkeit. Also da sehen wir schon, wenn man an eine von den grössten der Trades hingeht, dann müsste man schon eher sagen, wir müssten doch mal Richtung 65.000 runter. Das wäre auf jeden Fall interessant. Gestern wurden zumindest oder in den letzten 24 Stunden über 270 Millionen liquidiert, davon über 196 Millionen in Longs. In letzter Zeit, ich verstehe es nicht, werden so viele Longs liquidiert. Das ist unglaublich. Aber man sucht immer wieder neue Anläufe. Ja, never give up. Das sagt man wohl so. Ja, heute ist auch ein sehr wichtiger Tag. Also wir werden heute um 9.30 Uhr, wenn wir die Einkaufsmanager in Dietzien sehen, alles, was über 50 ist, ist gut, alles darunter ist schlecht. Da werden wir natürlich im Gewerbe sehen, aber auch in der Dienstleistung. Da gibt es zwei verschiedene Daten, das schauen wir auch noch gleich an. Der Arbeitsmarkt, da haben wir gestern auch ausführlich darüber gesprochen. Man rechnet mit einem kleinen Anstieg von 2.000. Nicht massiv, aber dennoch eher bärisch zu betrachten. Wenn natürlich die Daten unter Jochen werden, kann man sagen, also eher Richtung 2.39 Uhr, dann wird es natürlich auch eher bullisch. Und dann natürlich auch noch von den USA, dann auch noch die Einkaufsmanager in Dietz, die hier noch dazukommen. Auch das wird natürlich für uns dann ein spannender Bereich. Zusätzlich, was auch noch dazukommt, ist unter anderem die Verkäufe der neuen Häuser. Da soll es anscheinend wieder positiver aussehen. Gut, die Zinsen sind gefallen. Man kann also wieder günstiger Hypothekarzinsen aufnehmen und so weiter. Das werden wir natürlich da auch ein bisschen beobachten. Aktuell ist es so, dass der Dienstleistungssektor leicht rückfällig ist, aber immer noch über 50 Punkten. Das ist positiv. Das Gewerbe ist auch weit unter 5, also was heisst 3 Punkte, 2,5 Punkte unter den 50er-Line. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen neutral noch zu betrachten. In Deutschland ähnlich. Das Gewerbe ist bei 40,7 Punkte und Dienstleistung bei 50,6 zu erwarten. Das heisst also da eher ein bisschen neutralere Rolle. Dann haben wir gestern stark darüber gesprochen. Also erstens vielleicht noch vorab zu sagen, Tesla hat seine Quartalszahlen aufgelegt. Die waren sehr positiv. Es war ein bisschen weniger Umsatz als im Vorquartal, aber dafür hat sich der Gewinn gesteigert. Und das hat sich dementsprechend natürlich auch dann auf die Aktien auswirkt. Oder wird sich noch auswirken, muss man vielleicht auch so noch sagen. Und sie haben keine Bitcoins verkauft. In der Bilanz sieht man keinen Abfluss der Bitcoins. Also hier könnt ihr euch noch mal ein bisschen entspannen. Zinssorgen sind zurück. Stoppen und sie stoppen die Aktienrallye. Ja Leute, wir haben gestern darüber gesprochen, was kommt oder was wird kommen. Was ist schwierig. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes passiert. Analysten und Ökonomen in den Staaten kommen und sagen, Das haben wir nicht kommen sehen. Es tut uns leid. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Es geht um die rote Welle. Jetzt geht es nicht um die rote Welle, wo man denkt, wow, was jetzt rote Welle, jetzt kommt nur noch Abverkauf. Sondern es geht um die rote Welle im Senat, respektive es geht darum, dass man nicht kommen sehen hat, dass Donald Trump mit einer roten Welle regieren könnte, durchregieren könnte. Denn wenn das passiert, dann würde so vieles schief laufen. So zumindest die Ökonomen und Analysten aus den Staaten. Und wir reden jetzt nämlich darüber, weil das wirklich tatsächlich gerade massiven Einfluss hatte gestern auf viele, viele Dinge. Und da müssen wir wirklich darüber reden. Also es geht primär darum, ich habe es ja gestern erklärt. Ich habe ja gesagt, Leute, das Wichtigste, worauf man achten muss, jetzt in dieser Phase, sind die Staatsanleihen. Und die Staatsanleihen, während ich gestern das Video gemacht habe, sind sie nochmal gestiegen. Ja, und die steigen wahrscheinlich noch weiter. Und jetzt kommt natürlich der eine oder andere und sagt, ja Moment mal, was bedeutet denn das jetzt für mich? Müssen wir jetzt hier Angst haben? Soll ich jetzt all meine Bitcoins verkaufen und nur noch in Gold reingehen oder in Staatsanleihen? Naja, zumindest machen es große Investoren so in die Richtung. Natürlich nicht alles. Man hat immer ein gewisses Depot vor allem, wenn man auf etwas setzt. Aber Fakt ist, dass das aktuell für uns einer der wichtigsten, jetzt habe ich nur den Fall oder Knopf gedrückt, einer der wichtigsten Indizien ist. Das heisst, jetzt eigentlich, wenn die Staatsanleihen steigen, dann geht man davon aus, die Zinsen werden wieder steigen. Oder, andersrum gesagt, die Zinsen werden nicht so schnell fallen, wie man es erhofft hat. Nun gut, jetzt habe ich auch immer gesagt, Dezember könnte noch eine X-Mess-Rallye geben. Jetzt ist es aber tatsächlich davon abhängig, wer wird am 5. November Präsident. Nun, wenn man nach den Ökonomen geht oder den renommierten Ökonomen, by the way, dann müsste man sagen, wieder noch ist gut. Gut, das ist das Tragische dahinter. Aber ja, also wenn man jetzt aktuell nach dem Chicago-Exchange-Werk geht, okay, das ist unser Forecast, der uns sagt, wie wird sich die Zinsentwicklung ungefähr entwickeln. Dann sehen wir, wir rechnen damit im November 25 Basispunkte. Im Dezember nochmals 25 Basispunkte. Im Januar ist es schon unschlüssig, ob es nochmals jetzt eine Zinsenkung gibt oder nicht. Ja, warum? Ja, weil im Januar tretet natürlich der neue Präsident ins Spiel. Ja, man hat natürlich schon damit gerechnet, dass gegebenenfalls eben die Fed tatsächlich im Dezember nochmal 50 Basispunkte senkt. Das sieht jetzt aber gar nicht danach aus. Also da könnte man jetzt eher davon ausgehen, hm, schwierig. Gut, wir haben noch einige Marktdaten, die auf uns zukommen, Arbeitslosequote, wir haben die Inflation und so weiter. Na, die haben da schon noch Einfluss drauf, ob und wie die Fed sich entscheiden will. Die Fed hat aber auch immer gesagt, oder Jerome Powell, ich werde mich politisch nicht beeinflussen lassen. Im Endeffekt sieht man aber, wie die Gemeinschaft, ja, zum Thema Politik, ne, also wer wird jetzt Präsident, sich am Ende eigentlich den Druck auflöst. Das sieht man gerade an den Staatsanleihen. Das ist wirklich gerade krank, wo die Fed jetzt wieder ins Schwitzen kommt und sagt, was mache ich jetzt? Jetzt haben wir langsam sicher ein kleines Problem. Und das Problem bei der Fed wird tatsächlich immer grösser. So, heute schaffe ich es nicht mit den richtigen Tassen, tut mir leid. Es wird immer schwieriger für die Fed. Warum? Wir haben aktuell, und das ist eigentlich noch krass, ja, also die Bilanzsumme der Fed war von einigen Jahren bei 750 Milliarden Dollar. Heute ist sie auf 7 Billionen gestiegen. Das bedeutet, aktuell finanziert die Fed den Staat USA. Das ist aktuell tatsächlich das Thema. Unglaublich. Wie stark der Effekt ist auf die Anleihen, das kann man aktuell schwierig prognostizieren oder entscheiden. Das ist nicht ganz so einfach. Aber hier sagt gerade ein Hedgefondsmanager, finde ich eigentlich noch recht gut gesagt, alle Wege führen zur Inflation. Das bedeutet, egal, wer von beiden hier die Aufgabe als Präsident übernehmen wird, das wird zur Inflation kommen. Aber man sagt, dass Harris das ein bisschen weniger beschleunigt. Warum, und das ist jetzt gerade der Punkt, warum sollte das so schnell gehen? Also eben, weil das grösste Teil des Senats mit den Republikanern halt eben sozusagen die rote Welle bilden und Donald Trump sich so quasi frei bewegen kann, wie er halt eben möchte. Und davon hat man aktuell ein bisschen Angst, weil er natürlich kommt und sagt, ich werde die Zölle verändern. Ich werde für Grosskonzeptunternehmen die Steuern attraktiver gestalten. Er will das ja ausgleichen mit den Zöllen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass diese Umwälzung massiv Geld kostet. Das kann man nicht, die Bürokratie kostet ja Geld. Also ihr seht es ja selbst, wenn ihr mal ein Kilometer in der Stunde schneller fahrt als gewollt, kriegt ihr ja auch einen Brief. Also nee, es kostet halt alles Geld. Und das will man jetzt irgendwie ummodeln. Und jetzt hat man Angst davor, scheiße, wir haben das nicht kommen sehen, dass es eine rote Welle gibt mit dem Trump. Diese Option ist gerade richtig real, dass das entstehen kann und das in weniger Wochen. Und daraufhin reagiert gerade der Markt und wir sehen, oh mein Gott, die Staatsanleihen steigen. Warum? Weil man Angst hat, dass die Inflation schneller zurückkommt als gedacht. Und ich habe euch gesagt, wir müssen den Blick auf die Staatsanleihen setzen. Und das ist für uns der grösste Indiz, weil die FED wird dann in Wahrscheinlichkeit kommen und sagen, komm dann ja, wir müssen vielleicht nochmal 25 Passpunkte nochmal kurzfristig hoch. Oder, je nachdem, wir senken sie halt nicht. Das für eine längere Zeit. Also es wird alles ein bisschen anders kommen, als wir das gegebenenfalls auch ein bisschen vorkassen. Also wir müssen da jetzt wirklich täglich drauf schauen. Sollte es soweit sein, dass Donald Trump gewinnt mit einer roten Welle, dann müssen wir wirklich sensitiv jeden Tag alle Marktdaten sensationell prüfen, sensitiv anschauen, gut beurteilen, in welche Richtung geht es jetzt, was hat er wieder für eine Idee, was kostet es im Hintergrund, was bedeutet es für die globale Wirtschaft. Immer wieder das Thema, wenn ein Sackreis in China umfällt, was passiert in den Staaten. Das sind so die Punkte, da müssen wir alles mit bedenken. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, dass wir da mit on board sind. So, das war mir wichtig, euch das nochmal zu sagen. Also das ist auch der Grund, warum aktuell alles runter ist. Also das habe ich ja gestern auch erklärt. Die Leute ziehen dann Assets ab, aus dem traditionellen Markt, aus dem Kryptomarkt. Man geht in Gold, man geht in Staatsanleihen. Das ist aktuell halt eben die Thematik. Und da muss man wirklich ganz, ganz gut aufpassen und natürlich auch immer wieder sehr, sehr gut zuhören. Und der Hauptkirche gehört auch dazu. So, was ist aktuell der Fall? Wir haben einen kleinen Dip gesehen. Ich würde jetzt das nicht als ein Crash oder eine massive Korrektur betiteln. Ich sage jetzt eher ein kleiner Dip, was ja unter anderem auch zu erwarten war aus der Liquidität. So, worauf müssen wir jetzt achten? Wir sind zwar, wir bauen hier bei 66.650 gerade einen neuen möglichen Support. Der ist nicht riesig aktuell, der kann sich aber noch aufpoweren im Laufe des Tages. Wir sind jetzt aktuell in dem Bereich zurück, wo man sagt, okay, Proof of Control, also wir sind hier wieder zurück beim Volumenprofil, in dem Bereich, wo am meisten Volumen getradet wurde. So, jetzt müssen wir aber auch ein bisschen beachten oder aufpassen, hier nach unten haben wir keinen Support. Und das haben wir wieder gesehen in der Liquidität, dass es... So, bin wieder zurück. Also, das ist, wie es ist. Also, wir haben hier runter nochmals bis 65.000 Dollar eigentlich dann Luft, wenn diese Support nicht hält. So, oberhalb, wenn man das Ganze oberhalb betrachtet, gehen wir nochmal hoch, gucken wir es an. Wie sieht es aus mit dem Widerstand? Haben die Bären jetzt theoretisch, hätten sie jetzt ein bisschen Rückenwind, also wir haben hier bei 68.000 Widerstand, der ist zu durchbrechen. Das ist zu durchbrechen, das ist zu durchbrechen, das ist zu durchbrechen. Also, wir sehen erst bei 70.000 Dollar einen wirklichen, richtigen, starken Widerstand. Also, wir haben hier tatsächlich aktuell ein bisschen ausgeglichene Tendenz. Kann man auf jeden Fall sagen. So, gut, ein bisschen rausgezumpt, sehen wir schon, dass es sich hier mal ein bisschen anhäuft. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus für uns. Und wenn wir natürlich jetzt im Chart gehen, was wir machen könnten, was wir machen könnten, ja, wir schauen uns kurz hier. Das sind die zehnjährige Staatsanleihen. So, und das hat übrigens gerade Bullish gekostet. So, die Staatsanleihen, die sind für uns sowas von wichtig, denn wenn wir zurück auf, ich sage mal, 5% hochkommen, dann hier oben, da war der Piqua, dann kann es richtig kritisch werden. Also, wir haben ja gesehen, nach den Zinssenkungen ist es relativ schnell nach unten gegangen. Es gibt immer wieder so ein bisschen politische Anlässe oder Gründe dafür, dass auch die Staatsanleihen wieder ein bisschen steigen können. Aber das müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr gut im Auge halten, weil sonst kann das natürlich relativ schnell ins Auge gehen. So, also Bitcoin hat dementsprechend reagiert. Ich finde, wir haben den auch im Academy Club relativ gut so aufgefangen, wie wir es auch ein bisschen erwartet haben. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Chance, ein bisschen runterzuziehen. Da ist man jetzt eigentlich mit der J-Box, also mit der ersten J-Wave-Target-Box hier schon ein bisschen angelangt. Und oberhalb wäre jetzt das Golden Pocket bei 69'000 oder sagen wir fast 70'000 Dollar bis 70'677. Da sehen wir, dass auf jeden Fall auch gerade sehr, sehr interessant aussieht. Wir haben jetzt diesen Lick gesehen. Viele hatten jetzt Angst, jetzt wisst ihr aber warum oder was es wirklich ankommt. Also, dieser 5. November, der uns bevorsteht, das kann vieles verändern und da müsst ihr jetzt wirklich sehr flexibel sein und nicht den Kopf in den Sand werfen, wenn es Bitcoin nicht schaffen würde. Obwohl, man muss ja sagen, wenn Donald Trump ja gewinnt, wird es in erster Linie wahrscheinlich eine Euphorie-Phase geben in Bitcoin, weil man natürlich sagt, jetzt hat ja der Präsident gewonnen, der gesagt hat, er wird alles verändern. Ja, wir werden es sehen. Also, aktuell, ich glaube, ich bin da mit vielen Ökonomen d'accord. Ich bin auch nicht Fan von beiden. Es wäre mal schön, eine Frau zu sehen, absolut, aber um das geht es nicht. Ich glaube, es bräuchte da echt mal komplett was anderes, mit ein bisschen mehr Weitblick. Ich kann mich wahrscheinlich nicht mal entscheiden. Also, ja, ich finde beide nicht optimal, muss man ganz ehrlich sagen. Aber egal, ist ja nicht unsere Aufgabe. So, wir müssen einfach mit den Konsequenzen leben. Das ist unsere Thematik. Wir haben das Target hier aktuell von der Welle eigentlich angepasst oder mittlerweile ausgerechnet. Wir rechnen jetzt zwischen 79.000 bis 88.000. Wir waren eigentlich bei 82.000 bis 107.000 Range. Die Welle 5 kann aber auch noch weitere Impulse bekommen. Das heisst, es könnte noch weiter oben gehen. Wir haben das jetzt mit der aktuellen Wave hier. Das heisst, die weiteren Impulse wären dann Richtung 143.000 Dollar bis sogar 160 hoch. Also, das wäre dann der zweite Bereich. Aber im ersten Anlauf jetzt wären wir hier bei 79.000 bis 88.000. Also, den können wir mittlerweile rausnehmen. Das spielt auch keine Rolle mehr. Das ist wichtig für uns. Und dafür müssen wir aber diesen diagonalen Widerstand endlich durchbrechen dann auch. Also, mit dem nächsten Anlauf, mit dem nächsten Old-Time-High. Da müsste dann auch ein bisschen Fumo reinkommen und das Ganze dann durchbrechen. Ansonsten, für das BK-Szenario. Also, wir wissen, wenn der Nasdaq korrigiert, korrigiert dann auch Bitcoin. Wenn der Nasdaq 30 oder 35 Prozent, dann werden wir zwischen 40 und 50 sein. Und wir haben ein Ausbruchsniveau oder würde dann eigentlich so ein bisschen das... Kein optimales Rising-Vedge. Es ist hier ein abgeflachtes Rising-Vedge. Deshalb wäre auch die Korrektur nicht so gross. Aber das müssen wir aktuell ein bisschen im Blick halten. Wir werden jetzt eigentlich immer ein bisschen mitgehen, dass wir rechnen, okay, 50 Prozent Korrekturfase. Jeweils von irgendeinem Top müssen wir ausgehen. Das wird dann so ein bisschen das Risk-Management sein. Aktuell liegt es tatsächlich so bei 34.000, 35.000 Dollar. Also, mit dem Kopfhallen zu. Im Weekly-Chart ist es aber so, dass Bitcoin hier tatsächlich uns einen bullischen Cross hier noch liefern wird. Es ist nicht so bullisch, wie wenn wir hier unten crossen würden. Weil da natürlich auch der Markt dementsprechend abgekühlt wäre. Wir sind hier immer noch hier an einem oberen Bereich der Cross. Und das bedeutet aber nicht, dass wir hier nicht nochmal hochgehen können. Und im 4-Stunden-Chart sehen wir gerade einen kleinen bullischen Cross. Das ist eigentlich in dem Sinne auch positiv. Im Daily sieht es ein bisschen anders aus. Im Daily haben wir gerade bearisch gecrossed. Also, wir müssen wieder ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte also sein, dass wir im Laufe die nächsten zwei Tage noch einen kleinen bärischen Cross sehen. Und danach wird es dann, ja, ziemlich sicher kommende Woche. Vor allem wird es eine sehr spannende Woche. Wir werden sehen, was Harris und Trump alles reisen werden. Man kann vielleicht schon ein bisschen mehr abschätzen, in welche Richtung wird es gehen. Wird es eher pro Trump oder pro Harris sein. Das wird für uns ein Matschenschein sein. Wir können dann dementsprechend mitgehen. Und, ja, zum Thema Ethereum. Wir sind im 4-Stunden-Chart hier. Nach oben sind wir ja da raus, sind wieder rein. Wir haben das Rudrauch 2 nach oben nicht durchbrochen gehabt. Haben die bullische Wende noch nicht. Also, wir sind jetzt dann wieder in die Berger Korrektur. Jetzt ist es schon ein bisschen hier durchschwachsen. Moment. Das wäre dann T hier. So, wir sind hier runter bis zum Golden Pocket. Ich habe euch ja noch gesagt, diesen blauen Block hier, das wäre eine interessante Phase zu akkumulieren. Das haben wir auch im Academy Club gemacht. Wir haben den Bereich hier genutzt, um wieder einzusteigen in die Trades. Müssen dann aber langsam auch vorsichtig werden. Wir gehen langsam aber sicher gegen Ende des Jahres zu. Müssen dann auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, mit den Wahlen natürlich ein ähnliches Prinzip. So, wie wird es denn jetzt aktuell bullisch aussehen? Also, die Akkumulation ist jetzt durch. Die Karte können wir wegnehmen. Wir haben auch das jetzt mal ein bisschen gesehen. Wir haben hier ein bisschen Nahlast als bei Bitcoin. Nichtsdestotrotz aus der bullischen Sicht sollten wir über 2.668 Dollar kommen. Dann wäre hier oben wieder der nächste Block on top. Also, das könnten wir dann nochmal anschauen. Aktuell müssen wir auch prüfen, inwieweit wir da nochmals höhere Highs bilden werden. Also, hier zu den vorherigen Bereichen haben wir wieder einen Treppenbereich. Auch der ist natürlich für uns sehr, sehr entscheidend. Ansonsten müssen wir damit rechnen, dass noch tiefere Korrekturen auf uns zukommen. Wir haben zum Glück kein neues Tief gebaut, aber das hier wäre aktuell der erste Block. Wir wären bärisch unterstimmt vom 0,5er her und der Case wäre hier Richtung 2.000 Dollar runter. So, das zum Thema Ethereum. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Handelstag. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare hinein. Reicht euch dieser Weitblick, den ich mitbringe? Oder fehlt euch noch irgendwas? Auch das wäre mal interessant zu wissen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Handelstag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.